Ich heiße Felix Eifler, ich arbeite in Halle an der Uni und werde ins ehrenamtliche Veramt ordiniert. Ich habe einen Predigtauftrag in Halle in den Kirchengemeinden Bartholomeus und Petrus. Fahrdienst verstehe ich ein bisschen wie Musik hören. Das heißt, wenn man einen richtig guten Song hört, dann wird er eigentlich dann noch schöner, wenn man ihn mit jemandem gemeinsam hört. Und am besten ist es doch, wenn dann an der Stelle, wo meine Augen leuchten, auch die Augen der Personen leuchten, die den Song mit mir hören. So verstehe ich meinen Fahrdienst, die Schönheit des Evangeliums, die Menschen zusammen zu entdecken. Zum allerersten Mal oder auch zu wiederholt Mal zu staunen über diese Botschaft, über diese Kraft Gottes, die unser Leben verändert und berührt. So verstehe ich meinen Fahrdienst und in dem Sinne möchte ich einen kleinen Beitrag leisten. Und darauf freue ich mich.